So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich ich etabliere eine Geräteverbindung in der Nähe eines Außenpostens, der 7 und so weiter. Ihr wisst ja, wo ich dran bin, ihr seht es ja am Titel. Das Problem ist, ich bin mich so am beeilen, dass ich für euch die Aufgaben halt fertig kriege. Außenposten, ich glaube, das müsste aber jetzt die letzte bald sein. Ja, der 7. Ja, der 7. Aber da weiß ich definitiv, da sind auf jeden Fall IO-Wachen da. Das heißt, ich muss mir eigentlich vorher irgendwo anders ein bisschen Blut holen. Ach, geh mal am besten hier zu den Einschlaglöchern. Jetzt hoffe ich nur nicht, dass schon einer mit mir hier landet. Ich bin extra schon weit weg. Aber wir sind ja ehrlich, inzwischen kannst du die Leute perfekt von hinten überraschen, weil du halt nicht bauen kannst. So, wir sehen schon hier, wo wir hin müssen. Genau da einfach wieder ganz entspannt einmal hin. Zack. Und dann kriegen wir die Nachricht. Aha. Wenn du schlau bist, verdienst du dir mein Vertrauen. Fang damit an, unsere Stützpunkte zu sichern. Sofort. Okay. Also, Stützpunkt ist gesichert. Vorrücken. Hä? Okay. Also, Stützpunkt ist gesichert. Dadurch habe ich jetzt den einen Stützpunkt gesichert. Das ist genau da, wo ihr landet. Jetzt müssen wir halt insgesamt drei Mal welche besuchen. Aber ich denke mal, das sollte auch jeder hinkriegen. Wenn ich euch damit schon weiterhelfen konnte, wie gesagt, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Ich begebe mich jetzt mal auf den Weg, das auch zu machen. Und in dem Sinne sind wir hier erstmal durch. Ich denke mal, wir sehen uns schon bei der nächsten Aufgabe. Und in dem Sinne, haut rein!